In diesem Video gehen wir genau auf das Thema Zeitfalle bei Immobilienmaklern, die als Einzelkämpfer unterwegs sind, ein. Und hier gibt es jede Menge zu erzählen, weil zuallererst einmal muss man sich mal wirklich anschauen, was ist da draußen eigentlich los. Wenn ich mir die Maklerschaft anschaue und glaube mir eins, ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Immobilienmaklern gesprochen und ich bin selber Immobilienmakler gewesen und ich kenne das Tagesgeschäft wirklich in und auswendig. Und es sind immer wieder die gleichen Probleme. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, nämlich Rechtfertigung. Das ist ein anderes Video, das ist eine andere Show, das brauchen wir nämlich hier gar nicht. Weil natürlich gibt es immer wieder die Möglichkeit, ja, ich habe ja so viel Arbeit und ich weiß ja gar nicht, wie ich das alles erledigen soll. Wir nehmen das jetzt mal hier richtig auseinander und schauen uns das ganz genau an. Und zuallererst mal fangen wir mal vorne an. Nämlich der erste Punkt ist, was viele Immobilienmakler machen ist, ja, ich mache dann nicht so viele Objekte, ja, dann kriege ich das auch irgendwie alles gewuppt. So, da ist direkt die erste Folge. Wenn du das nämlich machst, ja, dann bist du schon gar nicht auf der professionellen Ebene unterwegs, sondern machst eben hier und da mal eine Immobilie. Und das ist Hobby und Freizeitmarkelei. Das hat mit Champions League oder mit Professionalität, mit Expertentum überhaupt nichts zu tun. Sondern Expertentum ist jemand, der etwas regelmäßig, also Tag ein, Tag aus, professionell, also sein Fach versteht und wirklich genau weiß, was er da tut. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich schauen wir uns mal an die einzelnen Bereiche. Wenn ich alleine das Thema Akquise mal mir anschaue, Akquise von neuen Objekten und die ganzen Arbeiten, die da im Zusammenhang stehen, dann ist das so viel Arbeit, dass alleine das schon ein Vollzeitjob ist. Und wenn ich dann in den Einkauf gehe, also ein Einkaufsgespräch, ich schaue mir die Immobilie an und da geht es schon los. Ey, da geht schon der Immobilienmakler die Abkürzung und er fängt einfach an zu sagen, ach komm, dann sage ich dem Verkäufer doch mal einen Preis oder ey, lieber Verkäufer, was wollen Sie denn haben? Ach ja, wunderbar, ist ja gar kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin, machen wir direkt den Auftrag. Unprofessionell, ja, das heißt, jede Immobilie braucht eine ordentliche Bewertung. Und eine Bewertung braucht Zeit, also alleine eine gute Bewertung zu machen mit einem vernünftigen Ausdruck, mit einer vernünftigen Ausarbeitung. Ja, das ist schon gut und schnell ein halber Tag Arbeit. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Gespräche mehr. Also das heißt, Einkauf ist so viel Arbeit, auch wieder ein Vollzeitjob für sich. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dem Verkauf. Der eigentliche Bereich mit der meisten Arbeit. Professionelle Objektaufbereitung, professionelle Fotos, professionelles Video, 3D-Panorama-Rundgang. Besichtigungstermine, mit Kaufinteressenten zu sprechen. Also all das ist unheimlich viel Arbeit, wenn man es denn richtig macht. Und das alleine führt im Endeffekt immer zu zwei Dingen. Entweder du machst es wirklich professionell, dann bist du als Einzelkämpfer vollkommen überlastet. Zweite Möglichkeit, also nicht vierte, zweite Möglichkeit ist, du sagst, ach, ich lasse einfach arbeiten weg. Ich mache es einfach nicht ordentlich. Ich mache es einfach nicht professionell. Ach, ist ja egal. Kann man ja auch so machen. Also das ist die semiprofessionelle Methode und Arbeitsweise. Kannst du natürlich machen. Auch gar kein Thema. Und daher, genau daher kommt der schlechte Ruf der gesamten Maklerschaft. Türe aufschließen, dicke Provisionsrechnung stellen. Ist auch nicht smart. Schauen wir uns mal die Sache im Detail an, nämlich im Tagesgeschäft. Etwas, was jeden Selbstständigen, jeden Solopreneur, jeden Einzelkämpfer im wahrsten Sinne des Wortes im Detail zerlegt, sind sogenannte offene Arbeiten. Offene Arbeiten, offene Zyklen könnte man auch sagen. Das sind die Sachen, die extrem krass sind. Also offene oder nicht abgeschlossen, nicht zu Ende gebracht. Weil du kriegst eine unheimliche Geschwindigkeit an Effektivität auf die Rolle sozusagen, wenn du das, was du anfängst, auch sofort zu Ende bringst. Und hier kommt ein nächster wichtiger, interessanter Ansatz mit dazu, nämlich der Unterschied zwischen einem Arbeiter, also einer Arbeit. Wenn ich in dieser Situation eines Arbeiters bin, dann mache ich etwas. Dann muss ich nicht drüber nachdenken, was ich da mache. Sondern es ist wie Autofahren. Ich ziehe das einfach durch. In dem Moment, wo du anfangen musst, darüber nachzudenken, was du eigentlich tust, bist du in einem anderen Bereich, nämlich in dem Bereich eines Managers. Was macht der? Er managt. Was managt er? Was macht ein Manager? Er gibt Anweisungen und setzt Dinge durch. Ist aber noch nicht das, was wir brauchen, sondern im Endeffekt müssten wir den Unterschied erkennen zwischen Organisieren und Managen. Denn Organisieren ist das Schaffen von Strukturen. Also was soll konkret gemacht werden und wie soll es konkret getan werden? Das ist das, was Organisation ist. Und Managen ist das Anweisen und Durchsetzen, dass es auch gemacht wird. Und der Arbeiter, der macht nichts anderes als Machen. Und wenn du als Arbeiter permanent auch Manager sein musst, also wie muss ich das jetzt eigentlich machen? Wie mache ich denn jetzt dies und wie mache ich denn jetzt jenes? Dann kommst du ins Straucheln, also permanent im Ping-Pong spielen. Hast du vielleicht schon mal in der Praxis erlebt, wenn du deine Arbeit machst und du bist nicht ganz klar, wie du sie machen sollst, dann fängst du an zu überlegen. Und das zerlegt jeden. Und daraus entstehen jede Menge offene, kleine Zyklen. Dinge, die angefangen wurden und nicht zu Ende gemacht. Und daher kommt im Übrigen auch dann so durcheinander im Kopf und Verwirrung und ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und ich habe ja so viel Arbeit, weil Dinge nicht zu Ende gebracht werden. Also Beispiel, du kommst morgens, machst den Briefkasten aus, holst die Briefe raus und legst die erstmal beiseite. Morgen kommen aber wieder Briefe, die legst du wieder da drauf und was wird? Der ganze Aufwand wird immer größer. Würdest du aber am ersten Tag schon den Brief packen, aufmachen, schauen und direkt erledigen, also die Überweisung zum Beispiel machen, die daraus entsteht, dann ist das Ding erledigt. Abheften und weg damit, dann hast du es nicht mehr und läuft dir nicht mehr hinterher. Also jeden Zyklus, alles was du nicht sofort erledigst, kommt auf die Seite und am nächsten Tag kommt wieder irgendetwas drauf. Und das ist das, was die Leute total erdrückt. Ja, das ist nämlich das erste Objekt, was du einkaufst. Du sagst, ja, Objektaufbereitung mache ich später, hol das nächste Objekt rein, zack, zweite Objekt. Ach komm, mache ich später, zack, dritte Objekt und so weiter. Auf einmal hast du vier Objekte, die du aufbereiten musst. Ja, und dann zerlegt es jeden. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Nämlich jetzt kommt die Berg- und Talfahrt. Du hast deine unerledigten Zyklen. Du hast die ganzen, also nicht angefangen, unerledigt offene Dinge da rumfliegen in deiner kleinen Welt und auf einmal Arbeit ohne Ende. Arbeit ohne Ende. Und dann kommst du in eine Situation, dass du als Makler eben keine Objekte mehr akquirieren kannst, weil du jetzt nur noch mit dem Verkauf beschäftigt bist. Dann kannst du keine Einkaufsgespräche mehr führen, weil du nur noch mit dem Verkauf beschäftigt bist. Dann musst du, wenn du keine Objekte mehr hast oder Objekte verkauft sind, musst du wieder Objekte aktivieren und so geht es rauf und runter und rauf und runter. Also mein erster wichtigster Tipp ist, du musst lernen, deine Zyklen zu Ende zu bringen. Zweitens, du brauchst krasse, wirklich gut durchdachte Strukturen und Prozesse und Systeme, damit deine Arbeit nicht mehr deinen Kopf belastet, sondern die Dinge einfach nur noch abgearbeitet werden müssen. Und Nummer drei, du musst als allererstes eine Sache verstehen, dass du oberste Priorität Geld verdienst. Wenn du Geld verdienst, dann musst du so schnell, wie es irgendwie geht, dir Hilfe holen. Und da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt, nämlich was heißt denn Mitarbeiter? Das ist ein Mensch, der mitarbeitet, der dich unterstützt und der Arbeit abnimmt. Und das geht natürlich nur dann, wenn du klar im Kopf bist und genau weißt, was du zu tun hast. Also die Zeitfalle droht überall und die einzige vernünftige Lösung ist, mach deinen Job, schließe die Dinger, mach sie sofort, erledige das, was du zu erledigen hast. Und unterteile es in Büroorganisation, in Akquise, in Einkauf und in Verkauf, entsprechende Blöcke. Und dann brauchst du jede Menge Selbstdisziplin, wirkliche Disziplin, um die Dinge durchzuziehen. Und dann wirst du viel, viel besser dein Geschäft handhaben können. Aber, und das ist auch hier ganz wichtig, ohne Struktur, ohne Prozesse, ohne System geht es nicht. Und am Ende des Tages, wenn du keine Mitarbeiter einstellst, dann wirst du am Ende des Tages den Einzelkämpfertod sterben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, mit den Tipps kannst du was anfangen. Die praktischen Beispiele, das ist Realität. So läuft es im Leben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Abo und ein Like da. Kommentiere gerne hier ein Beispiel aus deinem Leben. Vielleicht kannst du das gut nachvollziehen. Und folge uns natürlich auf den sozialen Medien TikTok, Facebook, Instagram und LinkedIn, wo sonst auch immer noch. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin. Ciao.